Böse, böse, ähm bisschen Ja, strenger, bisschen Wann, da legt doch eine Muskete, oder? Oh Gott, verfass... Ja, eine Muskete! Scheiße, ist ne Prombess! Ich hab grad zu facken, ich hab's mal einigermaßen Oh, du hast doch nicht drüber geschossen, da die Karte hat oder so Ja, okay, dann geht's doch weit genug Ich hätte nämlich Zweifel, dass ich... äh... Oh, warte, auch nicht live Live after Reset, also... Wenn du die erste war, dann bist du auf dem Server Nein, meine Muskete! Du musstest irgendwie durch Raum und Zeit schmucken Kleine, ähm... Linie machen Da sind wir elf Leute Und wir brauchen jetzt nicht unbedingt Vier Office, die hier rumstehen Also theoretisch können wir das auch... Das kannst du auch mit fünf oder mit sechs, ähm... Äh, Atelier machen Wo hast du drauf geschossen? Dann können wir ne kleine... Ja, der links in diesem Wald Da war ne Linie kurz... Ach, sag ich, du vier hatte doch Es sind zwei Pölblatze auch Wieso? Und wer führt die an? Das würde wahrscheinlich ich machen, wenn Feiraus bei der Ati bleiben möchte Ja, du bleibst auch bei der Ati, Lauren mach das doch Da liegt doch ne Leiche Warum ist mir die Leiche noch nicht aufgefallen? Okay, keine Feinde, du Ach, da hinten rechts ist die Feindlichkeit Verflut, es ist keine Muskete mehr da Ahhhh Warte, was ist das? Er ist dann unsere, äh... okay, dann lass ich hier der ist jetzt hier Okay, dann lasse ich jetzt hier Vorposten, Markus, Sähern, Bruton und Freikers Richtig, der ist dann und wenn nicht so, dann machen wir Reicht Dann... Ja, aber... ja 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 das ist Ich bin mal ein schönes Jahr. Ja, rechts, rechts, rechts. Also, wir haben hinten rechts. Wir haben links davon stehen. Genau. Ja, nach links davon gewischt. Ja, was das Problem ist, unser deutsches ist, dass er hat sich auf die Kassel fahren. Ich habe die Straße wieder verdreut oder so? Ja, das war mal ein tolles Jahr. Du hast schon mal. Ja, sonst noch mal. Ja, so, genau, ich bin hier. Ja, da war die Nase. Ja, da war die Nase. Ja, da war die Nase. Ja, auf der rechten Seite steht die Kassel. Ja, hier geht es wahrscheinlich nach. Und dann geht es noch weiter. Ja, es geht noch weiter. Ja, wir müssen uns hin. Ja, wir müssen uns hin. Ja, das ist nicht, das ist doch egal. Ja, das ist wirklich ein bisschen. Ja, ich bin jetzt noch nicht. 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 Weißt du, was da geschieht? Dann muss ich runter. Dann muss ich die Enderlusten runter. Ach, das ist schon. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Oh, der wird vielleicht was. Komm schon, komm schon. Fick die Bayern. Ah, sie hat nicht getroffen. Ich hasse dieses Spiel. Ach, Fick nicht, feier das. Deshalb bin ich zur Infanterie gegangen. Okay, dass ich rumgeschrien habe. Rumgeschrien, rumgeschrien war anders. Der Markus hat schon los halb so laut, was ich beschwert. Ah, Markus hat aber hackt. Dein Maul, Bayern. Hier ist total kalt. Ich hatte überhaupt keine Wahrnehmung mehr für irgendwo. Jetzt komm, komm, komm. Immer disziplinierte Diskussion hier. Ohne ordentliche Kraftesdrück. Jeden David 41F ist, Alter. Oh, der heißt David. Tut mir leid. Du nicht, David? Oder heißt er David? Also links, Alter. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Schönen Mann! Oh scheiße, oh scheiße, o oh 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 oh! Oh scheiße! Oh. Ich bin froh, dass wir nicht am Anfang gechargt wollen und dann zugucken müssen, wie wir verlieren, das ist du. Also unsere Kabelerie ist noch da, aber ich glaube, das war es auch schon. Da hast du auch ganz viele feindliche Info hier dran. Die Büschen links von der Artillerie sind, ich hoffe. Ja, wenn wir die wegballern, das wäre gut. Das ist doch immer nur 2 oder so. Aber die brauchen einfach mehr Skill. Bewegt uns ein bisschen Kills an. Hey, Markus, gib mal diesem Typ hier ein Zeichen, dass er nicht mehr Püssen soll oder so. Ja, nein, erst mal nett, freundlich. Da wird die jetzt einfach schon threaden wie die letzten... Sag's nicht, sag's nicht. Ja, ich hab mich, ja, mal gefangen. Eine Kugel, Markus, und danach dann Karteschen, okay. Ja, Ballerkugeln weiter durch, ich hasse Karteschen, mit noch weniger. Da komm, jetzt. Ah, solche. Markus, mach jetzt Karteschen überwäxeln. Dann schieß ich, brauche ich. Oh, ja, Baller. Halte ich einfach. Vielleicht werden wir solche gleich 3000 Kilometer rechts und links. Ist ja auch toll, aber... Ja, dann tun die jetzt, schon weißt du jetzt. Wie, was hast du die ganze Linke geladen? Google. Ja, wohl noch links. Die Kartesche halte ich mir doch, für später. An. Halte ich mir. Mit jetzt Kartesche, oder? Warte noch ein bisschen. Ja, mach. Schieße noch. Wir haben den Weg, Bala, du als erstes. Bala. Nimm jetzt Kartesche, nimm die Kartesche, nimm die Kartesche, nimm die Kartesche. Ja, Kaka, Kaka. Alle fertig. Oh nein. Nice. Ich habe noch eine, jetzt nicht mehr. Geht's ja Kugel lahm. So erstmal Musketen sammeln. Denken wir überlebt. Heiner ist gestorben, oder? Keiner, doch ja, da vorne einer. Oh, schönes haben wir weg sind. Musketen. Ja, Ratton, blauer Fehl, muss ich so. Ein tapferer Krieger ist von uns gegangen. Ratton ist tot, oh nein, mein Templer, scheiße. Selber arbeiten. Ja, wo sind die feindlichen Linien? Also keine 25 Mann bei denen am Sporn, oder? Ne, doch, da links im Busch sind die. Sie schreien. Oh gut, geht rein. Ups, wo habt ihr gesehen? Kaffst! Ja, wir können wegkoppieren. Oh, jetzt ist die Händlung. Oh nein, ja, ich kann mich einfach erreichen. Wir können zurückgehen. Oh Gott, nein, ich kann mal wegkoppieren. Oh nein, ich kann nicht zum Schluss. Oh, nein, nicht zum Schluss, das ist der Händlung. Jetzt kann man einfach einmal wegkoppieren. Nein, wir können zwei schreien. Das ist der Händlung, weil wir ja auch nicht. Nein, wir können uns zum Schluss. Die Familie, das ist der Händlung. Das wurde gesagt, ja, dass die Händlung. ich habe die feinde aber schon gesehen die laufen locker rum ich will nicht damit rechnen ich habe gar nicht gepasst getötet ach kommt von zwei tippe artikel ich kann ich mal ein kill mache ich mir so ich mache die nun weg muss er wechseln auf renka erlebt dann noch nicht nur nächsten sondern auch zwei leben noch ich sehe dann noch ein alles doch der typ darf aber wo bist du und nicht mit scho wir sind gestorben wie wir gekämpft haben voller elan voller kaum bewegung doch da voll da fällt das mittlerweile auch da die oberteelöffel was hält das der oberteelöffel naja otl was ist denn wo die 11 abkürzung ja das sage ich schon seit mehreren wochen den witz unsere sieben sachen packen und losziehen die weite welt in der warst du was passiert wird wir werden da stehen gerade du da ist bei der rechten flanke irgendwo versorgen warum welche von zu oder nach links schafft das zu fuß wenn ich denken wir rennen weg pass auf wir denken wir rennen weg wenn die offen zu drehen da kannst du ja machen egal wie kann man so locker weg ist ist das locker schießt hallo achtzehntes alle hallo hallo einzelner typ der zum achtzehnten das ist ein major hallo kWR jetzt hat die eine Kanone ganz rechts ist noch geladen ja macht die fertig ist durch das achtzehntes auch geladen konnten beide schießen nach fünf teamkills oder die mittleren oder macht sowas von teamkills auch nur hier ist gemacht und rathol 2 rathol ist mein mann rathol besser mitarbeiter ist schon ist irgendwie ein aimbot an oder so oder ex oder wie triffst du immer ich könnte auch noch nicht gut gott kamellarie da bei dem gehör packen wir die uns chargen und es ist ein wichtiges ende ich mache jetzt 10er kamen auf die kelle oder so ich schieße genau ungefähr deinen Muratorn auf den schießt er verraten ich glaube du bist alt geworden du ich bin richtig alt geworden darfst du da vor hatte man eine kanone dabei mit 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 cartaschen markus sagt mir welche aber er kennt ja wer ist einfach geschieht in beiden weiter feine kornow die v dismount das ist gut schießen können wir vergessen keine ahnung normale kugel das ist schon die letzten immerhin um die felser aufiert oberte löffeln ja stimmt doch also schadet auf die gegnerin das war das ich habe mich hinterfällt das ganze was ist wie im training hallo das ding gerade scheiße doch können wir schaffen man ja gut marcus muss überall umbringen schlechte leistung unser oberteleffel ist nach raton zweiter für die top position an und nachkommen ab und nachkommen mal drei von uns ja schon die vierte erst kommt man so lange vor bei der web ich hab doch von den legenden gehört aber aber ich hab dich gewählt das war roman aufs letzter großer troll er hat feieras wie das war ein glück von mir ich rede davon die ganzen runden nicht leute aber das nicht die kabler die dahinter steht oder so die karlsberreiter weniger darüber ich war gerade irgendwo anders und hat wasser plätschern gehört dass die hose kannst du auch die leere rennen und da rein springen dann wirst du klar und 20 meter wieder nach vorne gebracht ja ja wenn die werbe ist dein werbevertrag markus oder warum singst du mal gemacht jedes mal wenn ich sage 5 euro mehr verpost mit youtube feld so weitermachen können vielleicht sogar noch ablösen ich habe nicht mehr pünktlich an ich kann das kräftige vorratskammer ist hier sind weidfässer ich habe die anderen dazu kommen ja ich habe halt kommt hier hat sich das 18 das zehnte wollte eventuell noch ein bisschen karee machen krams weil ja auch beförderung haben genau also wäre gut wenn wir uns da jetzt auch aufstellen würden das ganze rechts ich glaube diesen gerade schon mit in der beförderung ich glaube wir können einfach auch anfangen wollen die kregen verhaftet einfach war er fürs in der lage einmal vortreten erst und zwar enttragen den friedrich gleich sagt weil ich den ich weiß dafür legt an zum salut herzlichen glückwunsch und er darf auch einmal ist hast du ja schon so cool befördert oder unbefördert von der artillerie zur infanterie der weg ist so hin weil du wirst so cool findest das zum gefreiten korporal befördert den tag hast du schon das ist sehr gut also legt an zum salut heute sehr gefallen hat mir wurde als totell gesagt oberteelöffel das war die so geil ich heute gefeiert habe weil dort sechs sieben tausend kills gemacht hast habe ich immer gesagt der oberteelöffel rasiert also felshaus rag ab jetzt offiziell oberteelöffel und wenn die schießen schießt ihr einfach gleichzeitig das kriegt ja schon irgendwie hin Feier! Weg! Jetzt alle haben Dörfer!